Was ist da los im Hause der Reality-TV-Familie Kardashian? Gottbühe, Instagram. Koepnika. Und Bufriend löschen Accounts. Was ist da los im Hause der Reality-TV-Familie Kardashian? Während Kim, 37, Klohe, 33, und Kylia Jena, 20, voll im Babelfieber sind, scheint Schwester Courtney, 38, an einem Problem zu knabbern. Die älteste Tochter von Kris Jena, 62, löschte kurzzeitig ihren Instagram-Account nur einen Tag nach ihrem Freund Junis Bündilma. Doch nicht nur das, das Paar soll sich vorher gegenseitig entfolgt sein. Was sind die Gründe für das mysteriöse Netzverhalten der Reality-Stars? Laut Blogger Berit Zilton, 39, soll die Ex von Scottie Sick, 34, kurz vor dem Rückzug aus dem Internet noch verkündet haben, die Wahrheit über eine oder mehrere bekannte Persönlichkeiten zu wissen um wen oder was es sich handelt, ließ die rassige Schönheit allerdings offen. Ist dieses dunkle Geheimnis vielleicht schuld am temporären Insta aus der Dreifach-Mama? Oder hatte sie einfach die Nase voll vom öffentlichen Streit mit dem Vater ihrer Kinder? Wie kürzlich herauskam, soll Two-Boy mit Prügel gedroht haben, obwohl er doch selbst eine neue Beziehung zum deutlich jüngeren Model-Sophia Richie, 19, führt. Vielleicht war das jetzt Kurtnes Art und Weise, ein Start-Themen zu setzen. Oder ist doch alles aus zwischen ihr und dem 14 Jahre Jüngeren? Was denkt ihr? Oder ist doch der coloring스테? Oder ist doch alles aus dieser Sicht? Oder ist doch gleich dein Aufmerksamkeit? Oder ist doch ein Brief in amerikanisch was, das war ja jetzt anders. Oder ist doch Angel Microsoft даже dazu? Oder ist dochjasAS.